ARD Text im Auftrag von Funk Nicht abdrehen. Du musst ihn mal angucken. Guck ihn an. Soll ich zufrieden? Nicht rechts halten. Guck mal. Mach mal. Und dann den Deck hoch. Was soll das, Tim? Was soll das? Ich hoffe nicht. O-o-o! Bisschen. 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 Bis zum nächsten Mal. Das ist gut. Ja trotzdem Hört mal auf da Guck mal was runtergefallen ist Hört mal auf Mach ja keine Ärger, hört mal auf Wurde 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 Ah, da muss ich nochmal die Arme hoch Nein, ok, stopp